Wie heißt Mark 2.0? Wer ist denn Mark 2.0 überhaupt? Ja, wer ist denn dieses... Ihr könnt ja alle mal in den Chat schreiben, wer ihr seid! Es ist auch ein bisschen schwierig, die Stimme zu beschreiben, das mag wohl stimmen. Das mag wohl stimmen. Ach, Moment, da waren ja noch blaue Münzen, die ich haben will. Wir müssten es jetzt so machen, einer quatscht die ganze Zeit durch und irgendwann schreibt da, hier, der ist es! Na, ihr schreibt jetzt, also, ihr schreibt in den Chat, der ist es und dann quatscht er die ganze Zeit durch, damit das auch rechtzeitig ankommt. Haben Tamdoria? Spricht doch nicht die ganze Zeit durch, das ist ja, will ich ja in einen offenen Keks gehen. Ja. So was brauche ich. Au, ich hab den Namen die ganze Zeit falsch gesagt. Das war keine Absicht. Doch, doch. Ach, das passiert. Das passiert mir auch öfter, meinen Namen falsch zu sagen. Ich hab mir auch ganz nett beschwert, den Namen falsch geschrieben. Au, 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 au. Ist mir lieber, als wenn ich da jetzt irgendwo draufgehe. Du musst aber zugehen, denn aber ist nicht so einfach. Aber ja, du bist von Hamparo abgeleitet, also von da jetzt werden wir nicht denken können. Ja. Ham, ham, ham. So, ich bin übrigens noch nicht tot gerade. Na. Ich wollte es nicht heraufbeschweren. Ja. Ich auch nicht. Und vor allem nicht neun Münzen vor dem großen Finale. Mit dem Stern. Das Finale im Finale. Vor allem danach ist das ja eigentlich, das ist ja das Schlimmste geschafft an dem Level. Oh, 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 oh. Diese Stelle, die da gleich kommt. Das wird ein Untergang sein. Dieser Weg wird mein Untergang. Dieser Weg ist unschaffbar. Arbeite vielleicht ein bisschen mit deiner Kamera. Wow. Oder mach es einfach so. Ja, ich brauche keine Kamera dafür. Schade, dass es hier die C-Buttons nicht gibt. Also die C-Knöpfe, Dinger. Ja. Ja, da ist eine peinliche Stille. Ja, danke schön. Du wolltest doch ein bisschen warten, aber. Okay, jetzt erst mal. Hoppa. Oh Gott. Ich sehe es kaum, also. Die nächsten. Was? Nö, der ist schon gut. Springen dann herauf. Hey. Ja, das lagen wir gar nichts und dann wollen wir dich in den Tod stürzen sehen. Wenn das hier einer will, dann... Dann bin ich das. Die Zuschauer, ja. Deswegen hast du den Geist gepostet und steht. Ah. Du schaffst das schon, du schaffst das schon, du kratzt gleich ab. Du schaffst das ganz alleine. Zu sterben. Ja. 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 Okay, diesmal gehe ich aber in die andere Richtung, weil ich glaube, da sind noch Münzen. Ist das Blinken nicht? Blink, blink, blink. Nee, das Blinken, das kommt erst durch den, äh, Dings. Ja. Oh. Das Level kenne ich noch aus dem Demo-Video zum N64, glaube ich. Ich glaube, da gab es das auch. Da haben sie dir extra keine Münzen hängen gesetzt. Ja. Oh, ei, ei, ei. Warum mache ich das hier eigentlich? Das ist völlig... Da gab es doch sogar irgendwie Feuer noch. Ah. Gut so. Dass es das nicht mehr gibt. Ja, warum machst du das wohl? Weil du es kannst. Ja, weil ich, weil ich so Skill hab gerade. Deswegen gehe ich nicht in die Mitte da. Wie würdet ihr eigentlich, wenn ihr wüsstet, was nach dem Tod steht, dass allen weiter das Gesicht behalten? Was für ein Gesicht behalten? Was für ein Gesicht behalten? Was du machen würdest, wenn du wüsstest, was nach dem Tod passiert. Als allen weiter hast du noch für sich behalten. Ach so, äh. Äh, 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 also, äh, hab ich... Hab ich euch, hab ich schon, euch schon erzählt, was nach dem Tod passiert? Ja, du wirst wieder geboren und darf den nächsten Versuch starten. Naja, wer sagt das denn? Ja, bei Mario. Ach so, ja. Oh, guck mal, guck mal, guck mal! Was, Senfei? Ah! Endlich! Gleich sofort speichern, wenn schon, denn schon. Was, von hier aus kann man sich dann auch noch losschießen? Nie! Ja, im Chat bilden wir gerade eine Assoziationskette. Eine Assoziationskette? Ja, einmal hat jemand was folgt geschrieben und jetzt versuchen wir die ganze Zeit ein anderes Wort zu machen. Ah, das gibt's doch nicht! Senfei, ah, ja, das muss ich auch mal wieder machen. Hm. Wie so Lachei. Oh, komm schon, komm schon, komm schon! Ah, jetzt, jetzt komm ich gegen den Wind an hier. Und, wer hätte es gedacht, ich habe es tatsächlich mal geschafft. Zwei Sterne hintereinander. In diesem beknackten Level. Dann, dann applaudieren wir wieder mal. Danke. Jetzt fühle ich mich viel besser. Hat sich für eine dreijährige Co-Kommentator-Ausbildung doch noch gelohnt. Ein Haus in den Wolken. Und am Ende der Straße liegt ein Haus in den Wolken. Orangenbaumblätter. Schau mal an. Auf den Wolken. Wird eigentlich von einem Schloss im Himmel oder so gesucht? Ja, ja. Gab's da nicht auch das wandelnde Schloss im Himmel? Äh, Laputa Castle in the Sky. Ah, die, Moment, Laputa? Ja, ich wollte gerade sagen, Laputa heißt doch was anderes. Ist spanisch. Ja, aber, äh, ich glaube, vielleicht anders geschrieben oder so? Nee. Also, na ja, als zwei Wörter, ja. Laputa ist ja, äh, das Castle in the Sky ist ja nur ein Wort. Dieses Haus will ich sehen. Also los, schenk mich an. Jemand will das Haus unbedingt sehen. Jemand will das Haus sehen? Hier, also, hinter mir. Was machen wir eine Rune vor? Meine Mutter, meine Oma macht immer Senf-Pie. Senf-Pie? Ja, das ist gelig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Senf-Pie schmeckt. Shepard's-Pie finde ich toll. Der ist aus was? Aus Commander Shepard's? Ähm, ja, eigentlich nur Kartoffelpüree und Tank Fleisch. Hm. Finde ich gut. Oh, schön, jetzt mal Rezept-Ideen austauschen. Ja. In einem Mario-Spiel. Also, ich würde sagen, danach werde ich noch mal ne... Dann müssen wir aber italienische Rezepte nehmen. Mama Mia. Ja, wie wär's mit Pizza? Tiefkühlpizza. So, hier ist übrigens ein Haus. Ja, das Haus, das Schloss. Das ist kein Haus. Das ist ein Schloss. Das ist Laputa! Mario geht in eine... Oh, weh. Er geht in... Er geht in ein... In ein Bordell. Das Bordell in der Luft. Laputa. Es wird so sein, dass der Zuschauer nicht dabei ist. Oh ja, sonst müssten wir jetzt über... ...reden. Über etwas reden. Oh, da ist ein... Da ist ein Sternending. Das will ich nicht haben. Was ist das für eine Split-Stange im Hintergrund? Ähm... Der hat für ein Game benutzt. Ja, hat sich das mal jemand angeguckt? Also, ja, eigentlich schon, aber es hat keiner kommentiert. Ich hab's auch noch nicht kommentiert. Ja, das ist wichtig, weil das ist lustig gewesen. Ziemlich lustig. Ziemlich, ne? Ich war so völlig fertig. Eine Woche gab es nicht. Dann musste ich erstmal wieder reinkommen in die ganze Materie. Das verliert man alles. Ja, also, äh, falls ihr mal mein VR-Video seht, äh, äh, das letzte, was bisher hochgeladen ist. Außer für die Zuschauer, die grad nicht im Stream sind. Ähm, ja, also das, das ist auf jeden Fall ganz witzig. Das ist über ein Spiel... Ich hab da genug gelernt, als ich's zugeschaut hab. Ja. Äh... Okay, hier gibt's noch ein Leben. Jetzt brauche ich auch keine mehr. Hey! Oder ich sammle jetzt, damit ich nochmal mit Kinect Bowser versuche. Auf Schein! Hahaha! Oder mit, äh... Oder, oder, oder mit... Oder, oder mit, äh... Hey, mit Vive-Controllern! Müsste sogar eher gehen noch. Das Jonathan Frakes-Video, oder was war lustig? Ja. Oh ja, das Jonathan Frakes-Video... Das war auch sehr schön, ja. Ja, äh... Das ist jetzt momentan in einem, äh... Urheberrechtsstreit. Hahaha! Wegen der Addams Family Musik und, äh... Da hab ich Einspruch gegen einen ge... äh... Da hab ich gesagt... Einspruch! Moment mal! Ja! Nimm das! Ne, und dann... Ein laues Lüftchen, oh weia. Was für ein laues Lüftchen. Ne, aber, äh... Ich hab... Im Grunde, äh... Äh, äh... Ja, weil... Weil ich der Meinung bin, dass das alles noch in Fair Use fällt. Weil... Das ist ja wirklich bloß so ein Stück weit... Und... Okay, das ist das ikonische Stück, aber... Das ist ja auch nicht hier, ne. RIP in Peace. Ui, Rika... Oh, hat da jemand was Tolles entdeckt? Hahaha! Ja, die Stripstange hinter uns hatte doch endlich. Ja. Also dieses Strip... Wah! Wolltest du nicht bei 150 Sternen Sport an der Stange machen? Hahaha! Ach, das wollte ich! Ich hab's nicht vergessen! Echt jetzt? Wollte ich das? Habe ich das? Das hab ich doch nicht... Aber ich glaube nur als Joke. Also von daher... Habe ich das wirklich gesagt? Ich kann mich daran nämlich nicht mehr erinnern. Bei 150 Sternen würdest du Sport machen, weil jemand gefragt hat, ob du Sport machst. Ach so, oh, äh... Dann kann ich mich echt nicht... Ja... Äh... 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 Sport... Äh... Kann man das essen? Hahaha! Ja, kannst du. Ist ja Sport. Hahaha! Oder ist das sowas wie... Sport! Also... Halt Buch! Keine Ahnung! Hahaha! Sport! Das Buch! Ich hätte gerne zwei Portionen Sport! Hahaha! Du kannst gerne zwei Portionen Sport haben! Los, die liebe andere Co-Kommentatoren! Hahaha! Boah, es wären sogar genau zwei! Ja! Hahaha! Ne, Jonathan Frakes ist ja gar nicht das Problem gewesen an dem... Die Jonathan Frakes DM, welche Nummer hat die? Hahaha! 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 Dann musst du das Video wohl nochmal neu machen. Weil diesmal nicht mit Jonathan Frakes, sondern mit Commander Ryker. Ja, oder das Jonathan Frakes Video. Oh! Ah, ich... Ich glaube das... Das ist ja noch einfacher dann! Moment, ich versuch das dann mal. Also... Erstmal soll ich hier rauf. Und da kommt bestimmt Wind! Nicht? Blubububub! Los, los, los! Jetzt hast du ganz schnell hochfliegen! Ja, jetzt muss ich zusehen, dass ich da irgendwie ganz schnell... Ah! Komm schon! Oh ... Ne, hier kann man nicht sterben! Naja... Das sind nicht viele Versuche. Naja... Nicht wenn ich das mache! Das mache! Oh... 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 Das siehtód gefährlich aus! Es ist auch gefährlich, weil... Das sieht nicht aus! Oh, nööööööööööö! Da ist der schlecht. Oder das könnte unterhaltsam werden was. So, jetzt ist, direkt durch das doch da... Ja, das ist mir jetzt auch erst mal bewusst geworden, da ist ja ein Loch. Wir müssen die schnellste Flüchtlinge herausfinden. Ah, da ist ja ein Loch, that's what he said. Die beste Flüchtlinge, äh, blau, blau, nein, nicht blau. Bügel.de? Bügel.de? Keiner Keilmund? Der macht das doch, oder? Akronyme aus Sportwählen. Mhm. Die Hauptsache, er wollte Sport als Abkürzung erklären, hat aber Spost gewagt. Spost! Dafür kriegst du jetzt Spott. Und jetzt müssen wir ein Akronym aus Spott bilden. Schön, pink. Spost, äh, schön. Oder, ah, schön, schön pinkeln oder toll tanzen. Ich hab's extra nicht vorgelesen aus diesem Grund. Äh, schön, 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 schön pppppppppppppppppppp으 Oder richtig tanzen. Spüßen, das war das Falsche. Ja, nee, oder richtig tanzen. So, wir müssen da wieder rein, ne? Oh, ich hab schon den letzten Stern vorne weggenommen. Spost! Du Spost! Nein, schön pinkeln. Das ist lustig. Nicht dieses eine Du, sondern Du Spost, das ist wenigstens lustig. Ja. Oh, nee, ähm, schön, ähm, Moment. Schön pinkeln, aber scheiße tanzen. Was heißt das wohl abgekürt? Hm, so, wo ist jetzt das laue Lüftchen? Was ist denn da? Wo ist denn da hinten? Oh, nee, oh, nee. Ja, richtig wurde vergessen. Schön pinkeln, oder richtig. Turnen. Sparst. Wir sparen. Sparst. Ja. Da ist doch er auch drin. Ja. Schön pinkeln, aber richtig scheiße tanzen. Genau. Ahhhh. Nicht alles zu sagen. Ja. Ja. Ja.